Oh, Schüsse auf mich. Oje. Da kommt einer rüber. Ja, kommt mal her. Da kommt einer rüber. Keiner Sand. Oje. Ich hab keine einzige Waffe. Warum? Ich hab eine UC. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Können wir ne Acker geben? Ja, das ist ja auch. Können wir ne Acker geben? Felix, willst du ne Acker haben? Jetzt soll ich noch ein bisschen ziehen? Da komm da her. Die Tür! Die Tür! Die Tür! Pass auf Dinos! Die Tür! Hast du was im Heilen? Ja, ich hab Dinos. Nein, ich hab mich fast genockt mit der Kanate! Wo ist er? Da ist ein Hacker, Alter! Der hat nach rechts geschaut und nach links geschossen! Chill noch, Toni! Digga, hast du gesehen? Boah, der hat dich! Ja! Sehr gut, Toni! Digga, als ob du ihn hast, Toni! Der wollte den Linus finishen! Ja! Der war eine Ehre! Der war eine Ehre! Der ist einer! Der kommt gleich einer! Ich geh wieder rein! Toni, kämpf lieber! Ich bin da, ich bin da! Ja! Der kommt gleich! Auf 105... Der ist jetzt fast rein! Wir müssen aufpassen wegen roter Zone, gell? Ja! Danke, Toni! Nicht dafür! Bitte, bitte! Du hast unser Leben gerettet! Hier ist... Brauchst du die, Felix? Ich hatte gerade eben in der Arena auch einen Hacker! Danke! Boah! Der einfach mit der Enzigen drei Schüsse war ich tot! Wie bitte? Ich hab, glaub ich, mit der einen Kanate ganz gut an dich! Gut! War das ein Klopper oder was? Ähm! Da vor uns einer! Seien wir dann noch zum Root hier vor? Ja! Auf 120? Ja! Der schaut aber von Gegnern aus! Wer fährt? Da war doch schon Felix eine Tartung drauf! Hä? Bin ich dumm? Nein, ist gewechselt! Ja! Ich bin der erste! Oh, AWM! Jawoll! Wo war denn der Loot? Oder was ist der? Hier links von uns! Was sollen wir hin? Da ist der 140! Ich will auch noch nah holen! Inshallah M249! Noch ein Afterscope für die AWM! Da steht ein Cheap oben auf 20! 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 Ich hab nix bekommen! Hier ist dabei! Hier ist dabei! Hier ist dabei! Das Achter! Irgendjemand hat nen Achter aufgenommen! Ich hab nen 4er! Ich hab nen 4er! Ja! Alle hoch! Oh du schauf! Achtung! Danach Achtung! Elf mehr kaputt machen! Ich bin Locked! Zwei sind 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 Locked! Ja ich hab' einer! Drei sind Locked! Ich kann nichts machen! Einer ist tot! Ich bin nur gestorben weil ich reingegangen bin! Alter! Um euch zu retten ihr Wichser! Ja genau! Ich bin durch! Ich wurde in den Rücken gesnivellt! Ganz deutlich! Warte jetzt! Warte jetzt! Warte jetzt! Warte jetzt! Warte jetzt! Warte jetzt! Wir lassen die Situation jetzt erstmal! Beruhigen! Der erste Runde! Felix! Direkt erst der Getrute! Acht! Ja! Echt! Die! Immer holen wir einen leichten Griff aus meiner Kiste! Nein! Das sind ja nicht! Fuck! Shit! Digger! Alter! Geht dann nicht wieder dringend! Der seit wann? Alter! Dieses Haus ist... So ein Bullshit! Ja! Danke, Tony! Lies direkt! Nicht Kaffee! Ja, ich damit gleiche, dass wir anhalten überhaupt! Hey, wir haben doch gesagt, wir gehen hier hin! Ja, aber jetzt ist das ein Auto verfolgt! Ja, die kamen halt direkt dann! Was willst du machen? Ja, hat er schon gekauft! Ich hab gesagt, wir fahren weiter! Oha! So, hier ist einer oben! Tony hier ist... Ist einer oben! Ist... Die... Ich hol... Hol zu Tony oder soll ich's machen? Er ist schon da! Oha! Komplett die Greyer bis jetzt... Achtung, der ist schon wieder hier oben! Wie denn? Wie ist... Achtung, hier ist einer am Sims! Der kommt gleich rein! Ich ist an der Kiste! Ist er schon... Hier ist noch einer! Ist einer oben! Ich bin noch! Ist das nicht gut! Ist er schon? Komm, bestimmt noch einer! Komm, bestimmt gleich noch einer! Diff schon einer rum! Ganz so dicht dich! Ja, ja! Zählmann! Pass mal auf! So, du heils! Ganz so dicht noch einer rum! Hier! Hier! Da, da, da! Hier! An der Treppe! An der Treppe! Lass mich erst halten, Mann! Ja, lecker! Ja! Ja, ich bin low! Wenn er jetzt nicht reinkommt! Mach grad! Ich weiß, Kanate! So dir, Felix! Sehr schön! Schön! Sehr schön! Kannst du nicht snipen lassen! Ja! Okay, ich geh jetzt dann raus! Ich guck wegen dem Auto! Jo! Okay, ist hier! Das Auto ist hier! Ich fahrs nach hinten! Hat jemand nen Tank? Wenn nen Tank... Ja, mitnehmen! Ne, hab's nicht! Ah, hier! Lockt einer! Lockt! Wir müssen zu links! Wir werden noch mehr kommen! Ja! Oben ist einer auf Nordwesten! Rein, rein, rein! Bumm! Ja! Digi! Denk mal, oben am Hügel werden noch mehr sein vielleicht! Ich würde da nicht zum Locken weg! Auto vor allem! Tim, man hol... Ja! Tony, du musst dich direkt heilen! Ja! Ich... Wir müssen fahren! Ich... Wir müssen fahren! Ja! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Halt dich von da schon! Was ist los? Oh, das kann ganz knapp kommen! Ja, ja! Nervous! Papa! Ich... Ich... Ich komm kein Gas weg! Alles gut! Bist du noch in der Zone? Bist du in der Zone? Bist du in der Zone? Ich kann den ja retten! Ne, ich kann den nicht! Ja, gut! Ja, gut! Tim, wir lassen die Häuser auf! Und läuft ein Auto rechts auf 140 oder so! Gell, Linus! Du hast es gesehen! Schaut jetzt! In irgendeinem Haustimmer und dann... Ruhig aufbauen wieder! Ja, wir gehen jetzt hin, nachher ganz hinten! Ja, mach ich! Huuuuh! Was sind denn von Autos? Äh, das waren vorher noch! Ne, aber da war noch ein Stadtauto! Wir müssen uns gleich das Auto richtig parken! Denkt dran! So, also... Oh! 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 Ja, ist ein Gegner drüben! Einer ist raus! Warte! Geht lieber runter! Ja, wir sollten los! Ich geh raus! Wacky! Wacky! Draußen an die Mauer hin! Felix! So, jetzt müsst ihr eingreifen! Heilig müsst ihr euch einmischen! Ist jemand im Haus, im Haus, unten an der Treppe? Ja... Weiß da drüben die Leiste, der sieht es schon! Tim und ich geh in Stütten zurück! Ja... War nicht so geil! Will ich auch zur Tin-Wand zu? Ja... Gehen, guck ich bei Felix mit! Im Haus auf Westen sind es zwei... Der schmeißt Granaten weg! Der Stock weg, glaube ich! Gehittet! Der Stock weg! Irgendwie so steine Westen war mal vorhin noch einer! Ob der immer noch ist, weiß ich nicht! Ja... Ja... Links liegt die Granate, glaube ich! Felix, pass auf! Oha... Anders raus! Anders raus! Wo kommt der? Geht doch hoch! Der ist hier rein! Der ist auszusehen raus! So! Wir sind in Zone! Wir müssen irgendwie... Wenn wir da einen nocken! Ich schmeiß Granate! Dann... Dann müssen wir pushen! Wir sind da auf der Treppe, Felix! Ich weiß! Die Treppe kann ich schmeißen! Ich mach... Du hast irgendwie auf die mittlere Treppe da! Kein 12! Geh links mal ins linke Fenster! Der ist oben! Der ist nach oben gegangen! Wie sind die jetzt? Ja, da! Der ist ja nach oben gegangen! Scheiße! Gucken! Wie sind es denn? Ein oder zwei? Zwei! Wäre aber nicht sicher! Ich hätte auch zwei gesagt! Aber ich höre nur noch einen! Tim, man guck mal! Du hast 345 hinten am Baum! Warte, jetzt wird einer gesnappt! Ah ne, er lebt noch! F45! Schmeißt du mal Granate? Nein, nein! Du warst da an der Wand! Und dann geradeaus! Da oben! Genau! Egal! Ich hab ihn jetzt rein! Und jetzt rein! Er ist rein! Der ist aber instant tot! Ja eben! Und er hat einen genockt! Auf dass ihr nicht gesnipet werdet, gell? Er hat einen genockt! Ja! Er hat einen genockt! Da eigentlich wieder runter! Weil hier sieht man nicht, wenn welche kommen wegen der Baumkronen! Da läuft dann ein Pass! Sehr schön! Hä? Ne, wir haben ihn nicht bekommen! Der ist nach rechts gelaufen! Auf 280! Da sind wir gerade! An den Stein! Westen! Bei 80! Irgendwie so 230 ist ja einer gestorben! Zuletzt! Lauf uns 240! Lauf zwei Stücke auf 240! Deine Snipe schon! Schön! Hier gell? Ja genau da Felix! Da ist der Grüne! Halt ihn oder? Ist er jetzt da? Ja! Ich seh so schlecht von hier in der Mitte! Und dann noch einer! Passt auf! Noch einer irgendwo! Ich würde vielleicht außen an die Mauer gehen! Da kann man vielleicht besser snipen von außen! Ob ich den Winkel ändern könnte! Weißt du? Jaja, warte mal noch kurz! Ich bin nicht raus! Okay! Gessen wir auf! Gut dann mit dem Sturmgewehr ein bisschen rein sprayen, wenn die laufen! Laufen sie! Links links! Weiter links! Ihr Moin ist getroffen! Du Schwein ist der, ne? Einer ist am Stein auf 255! Session Timmer! Jetzt muss er wieder hin! Jetzt sitzt hier! Da ist der andere! Vier Hits! Das geht's doch nicht! Meine Güte! Was ein Glücksfilz! Der Klinger! Gigi! Gigi! Sehr schön! Einer noch! Einer noch! Ich hole mir grad nochmal Muni! Vielleicht ist er an den Stein hier vorne auf 190! Aber er ist weiter rechts Richtung Straße! Meinst du auf der anderen Seite oder? Hier meinst du? Ja auf der anderen Seite! Ja hier! Meinst du? Der hat mich aber schon lange abgeschossen! Ja eben der! Aber der hätte sich überall schon langs gemeldet! Weil ich stand immer relativ offen um! Ja stimmt auch ja! Ne also rechts ist keiner mehr an der Straße! Ja leg dich da nicht mal fest! Theoretisch kann ich ja Bucky nehmen! Oder du bist auch da! Ne ne ne! Also ich vermute dass er an den Stein ist auf 195! Weil sonst macht's irgendwie keinen Sinn! Oder wir übersehen halt wieder irgendwas! Ich glaub auf 200 liegt keiner! Sehe ich auch nämlich nix! Ich schmeiß meine Granate zum Auto! Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor! Ja! Liegt da ein Tank oder irgendwas Rotes? Äh das war ein Tank! Da liegt er! Holt Nordwesten! Sag ich doch Digga! Richtung Straße! Ein Meini! Sehr sehr gut gemacht! Ein Meini! Einfach die Duopartner! Einfach die Duopartner! Richtiges Kapper Timmann! Richtig großes Kapper! Einfach die Duopartner! So ein Ding ist das! Statement! Sehr schöne Art! Timmann ich sind einfach würdig! Einfach würdig! Mit dem거 thriller! Den Felsen! Das war der Katrin! Das war der Katrin!